Willkommen beim Fabrice Kreative Ideen Share Lösungen. Hier ist Charlotte, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist 3-Sitzer-Sofa, Couch für Wohnzimmer gemütlich morderne Couch mit dezenten Design-Elementen, Federkern und loser Rücken. 3-Sitzer-Sofa, Couch für Wohnzimmer gemütlich morderne Couch mit dezenten. Eigenschaften 1.3-Sitzer-Sofa, dieses 3-Sitzer-Sofa wird sie durch ihr Leben begleiten. Es wird Zeuge ruhevoller Momente und außerordentlicher Freude sein. Es wird nicht nur schön aussehen, es weist zudem, wie es ihrer Familie Komfort und Stabilität bietet. Ideal für Heimbüro, Wohnzimmer, Schlafsaal oder andere begrenzte Räume. 2-Material, er präsentiert sich im trendigen Design und kann in verschiedenen Farben ausgewählt werden. Ein optisches wie fühlbares Highlight ist der Bezug in Samthaptik, der sich toll auf der Haut anfühlt. 3-Design, und Armlehnen verleihen dem Sofa einen unverkennbaren Launge-Charakter, elegantes und stilvolles Design-Sofa für drei Personen mit weicher Samt. Der geräumige, weiche und bequeme Sitz lädt buchstäblich zum Verweilen für lange Abende ein. 4-Stabil und langlebig, das Samtgewebe aus Polyester sorgt für einfache Pflege und hohen Komfort, Massivholzfüße sorgen für Stabilität und Haltbarkeit. 5-Versammlung, dieses Sofa wird in zwei Paketen geliefert. Die Couch kommt inklusive dem nötigen Montage-Zubehör und selbstverständlich auch einer Anleitung, so ist der Aufbau schnell und einfach erledigt. Im Laufe der Jahre ist Fabrice kreative Ideen immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Maßnahmen zur Organisation, Umsetzung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, die deutschen innovativen Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Save Money Advice findet Social Media Prominente und bedient die gemeinsame Auswahl von 10.000 erfahrenen Amazon-Verkäufern. Helfen Sie ihnen, die Videoerklärungsmethode zu verwenden, um die Funktionen des Produkts, die wichtigsten Punkte, Verwendungsmethoden, Fähigkeiten und eine One-Stop-Lösung für die Off-Site-Marketing-Probleme von Amazon-Verkäufern objektiv und wahrheitsgemäß zu erklären. Wir helfen ihnen, bei jedem Online-Einkauf Geld zu sparen. Das Gleiche? Wir arbeiten mit den besten E-Commerce-Unternehmen zusammen und durchsuchen das Internet, um exklusive Coupons und Sonderrabatte in ihren bevorzugten Online-Shops zu finden und anzubieten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.